Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 23. April 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 809 und heute kommt die folgenden Themen mit vor. 808 Opera Corona App, IFA 2020 und Google Shopping. Für all diejenigen von euch, die es bemerkt haben oder eben besser nicht bemerkt haben. Gestern gab es ja zwei Folgen vom Geek Talk Daily. Einmal die mit meinem einem, die 807. Da habe ich über die gestrigen News in der Bereich Technikwelt gesprochen oder in Technikwelt gesprochen. Und am Abend, Nachmittagabend, habe ich noch eine Folge zusammen mit dem Achim aufgezeichnet, die 808. Da hatten wir endlich unser Jubiläum feiern können, ein bisschen zelebrieren, ein bisschen Zahlen, ein bisschen Daten und Fakten raushauen können. Zumindest im kleinen Rahmen, wie ihr es ja gewohnt seid von unserem kurzen täglichen Format. Und wir haben unseren Webbewerb ausgerufen. Wer also noch nicht reingehört hat und oder gerne mitmachen möchte, Geek Talk Daily 808. Reinhören, mitmachen, Freude haben, vielleicht uns auch mal auf einer dieser Plattformen wie iTunes und anderen Podcatchern Möglichkeiten eine Bewertung hinterlassen. Aber jetzt genug der Eigenwerbung. Gehen wir weiter mit Opera. Opera, der Browser, hat gestern ein Update rausgehauen. Das hat Instagram auf den Desktop gebracht. Auf der linken Seite im Opera kann man ja Messenger wie Telegram, wie WhatsApp, wie Facebook Messenger und den VK, also den Russischen, mit einbinden. Und neu jetzt eben auch Instagram. Da könnt ihr dann ganz einfach Storys schauen, Feeds durchfühlen oder eben auch, für das nutze ich es dann super gerne oder jetzt schon super gerne, um Direct Messages zu beantworten mit einer richtigen Tastatur auf dem grossen Monitor. Wie cool ist das denn? Dankeschön, Opera. Dann die Schweizer Corona-App. Es gibt ja jetzt mittlerweile in vielen Ländern die Möglichkeiten, es gibt viele der Möglichkeiten, wo man tracken möchte, welche Person mit wem Kontakt hat und wo schon der Virus gewütet hat etc. Und die Schweizer Version davor, die wird unter anderem von den beiden technischen Hochschulen, zum einen der EPFL in Lausanne, aber auch von der ETH in Zürich entwickelt, zusammen mit vielen anderen Universitäten und Firmen weltweit. In der Schweiz ist unter anderem auch Ubiqui, ich kann es nie richtig aussprechen, die schon die SSBB-App entwickelt haben mit dabei und Pocket Campus. Und das Coole ist, in der Schweiz hat man sich dagegen entschieden, sich dem DP3T-Konzept anzuschliessen, Frankreich zum Beispiel, verklagt ja oder will Apple verklagen oder dazu zwingen, dass sie die Bluetooth-Schnittstelle offen lassen, dass quasi dann jeder das iPhone, also quasi wie drüben bei Android, jeder mit einem Bluetooth-Zugang dessen andere Smartphones auslesen kann. Und das will Apple natürlich nicht und die Nutzer der Smartphones auch nicht. Mal schauen, wie das da rauskommt, denn sie haben eine andere Möglichkeit gefunden, wie sie an die Daten kommen, die sie nutzen möchten. Unter anderem ist es die gemeinsame Schnittstelle, die API, welche Google und Apple gleichzeitig geöffnet haben für eben die Geschichte. Ich bin mal gespannt, bis zum 11. Mai will die App da sein und dann werden wir sie natürlich für euch ein bisschen genauer anschauen. Die IFA 2020 und das macht mich richtig traurig, das ist einer der Termine im Jahr, wo ich mich immer darauf freue. Nicht nur, weil ich den Achim da sehe und auch den einen oder anderen Hörer vom Geek Talk oder Geek Talk Daily Format. Nee, einfach weil man da sich fleissig austauschen kann, viel zu laufen hat, viel zu erleben hat, viele neue, tolle, coole Gadgets sehen kann. Und das wird es dieses Jahr nicht werden, denn bis und mit Ende August sind ja Veranstaltungen, die über 1000 Teilnehmer beinhalten, verboten. Wäre ja nicht so ein Problem. IFA fängt ja erst später an. Das Ganze gilt deutschlandweit. Im Bundesland Berlin hat die Regierung nun jetzt beschlossen, oder wer auch immer, eine Regelung abgegeben, so rum geht es genau, dass Grossveranstaltungen bis und mit 5000 Teilnehmer bis und mit dem 24. Oktober verboten sind. Und somit fällt natürlich da auch die IFA drunter und es heisst dieses Jahr keine IFA. Hoffentlich kommt da was online, zumindest. Ansonsten wird es dann ganz, ganz traurig dieses Jahr. Zu guter Letzt noch, man kann aber dafür shoppen. Google Shopping bietet aktuell den Händlern an, ihre Produkte kostenlos in die Suchmaschine zu integrieren. Egal, ob man einen Online-Shop hat oder nicht, damit die Kunden die Produkte logischerweise besser finden können und Google natürlich auch das eine oder andere mitverdienen kann, aber das sollen sie auch, wenn sie schon die Möglichkeit bieten, den Händlern. Also wenn ich einen Webshop hätte, ich würde mich da jetzt einhacken und mich partizipieren. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Wie gesagt, hört in die Jubiläumsfolge rein. Geniesst den Tag, seid fleissig, egal ob zu Hause, draussen, unterwegs beim Job oder auch eben im Homeschooling, wie ich aktuell. Also nicht ich bilde, doch ich bilde mich auch weiter. Ich lerne wieder rechnen und ein bisschen schreiben. Das schadet nie, vor allem wenn man es so gut kann wie ich. Hashtag not. Lassen wir das. In diesem Sinn, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.